Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde GTA 5 Online bei dem Modus Deadline. Heute die dritte Folge. Genau, hallo. Hallo, genau. Ja, mit der Weise wieder Janik und der Steven. Mitleidet mich, dass ich das Video verspür. Dann wollen wir so wieder alle in den Grund und Boden fahren hier. Ja, klar, genau. Ich muss das wieder abziehen. Ja, weil der Random kriegt wieder den grünen. Ich habe wieder meinen Orange, das finde ich persönlich gerade wieder ziemlich sexuell, muss ich sagen. Und Janik hat wieder sein beliebtes Ping. So muss das. So ist der ja glücklich. Aber die Farbe steht ja auch. Ne, wie steht es eigentlich bei den Haaren? Eine Runde hat glaube ich Dome gewonnen, eine Runde habe ich gewonnen. Ja. Ja, Steven, wird mal Zeit, dass du hier nachlegst. Ja, es sind ja noch vier Karten. Ja, aber eben. Echt? Ich weiß auch. Ne, ich glaube, das sind maximal sieben, oder? Sieben, oder acht? Ich meine sieben. Ja, es sind noch fünf mit dieser hier. Ja, wow. So, ja, stimmt. Ja, sorry du Model. Rechnen und so. Kenn ich dich. Ich habe nur mit Taschenrechner gerechnet in der Uni. Das glaube ich dir sogar. Ja, wir haben sogar 2 plus 2 vor sich zusammen gerechnet. Komm, und du kriegst das so. Ja, natürlich bekomme ich das. Wie war denn die Steuerung nochmal? R2 ist Gas geben. Hier gibt es kein R2 auf dem Controller. Also, er ist eine präzige Situation hier, aber ganz gekonnt gelöst. Da hat er einen Boost. Man hat aber auch schon gleich den ersten Kill abgesnackt nochmal den Game. So muss das doch einfach hier, ey. Da hat er den Boost. Und noch einen. Jawohl. Das ist jetzt nicht passiert. Ansteigen schon. Und da habe ich mal den Gegner schön in den Apofas reingedrückt. So, mit auch ein paar Pünktchen bekommt. Wie? So nicht, mein Freund. So nicht, mein Freund. Oh, das war jetzt passiert. Oh, was geht denn hier ab, Alter? Richtiges Deathmatch. Du musst mich nicht so an von der Seite, ey. Das ist unhöflich. Hat er einfach... Nein! Du bist ohne Flasche. Danke, ja. Ich weiß zwar nicht wie, aber danke. Ja, gern geschehen, du Bastard. Okay. Okay. Fick dich mit dem Huren-Boost. Ja, den lasse ich dir ganz bestimmt nicht, Junge. Was macht der? Ja, der dachte, du trägst den ab und, ja. Hat er dazugelernt, hat er... Oh mein Gott, ich habe so Lack, ne? Janik, zieh leine. Nein! Ich häng fest! Habe ich euch jetzt beide da rausgedreckt? Nein, Janik hat mich rausgedreckt. Bist du gestorben? Alles okay. Ja, Selbstmord aber, weil ich die Stallwand nicht hochkam, weil ich so langsam war. Ja, sie hat mich auch rausgedreckt, der hat unser Bettel schön ausgenutzt. Ja, echt so. Die alte Nuss. Der Kampf der Giganten. Oh, okay. Janik. 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 Oh. Da kam der, hat die Zeitlupe aufgehört. Das ist richtig widerlich, wenn du spawnst in der Zeitlupe. Ich hab jetzt mal den Grünen hier raus, das ist mal ganz im Ernst. Ach komm, der hat doch nur noch ein Leben. Ja, der nervt. Ach. Ja, der Spruch hat wieder nicht funktioniert. Ja, ja, ja. Immer wieder auf die Boost schieben. Ist so. Das statt die eigene Unfähigkeit einzusehen. Ja, so macht man das. Fick dich. Ja. Warte, ich hab' nicht hin. Fick dich. Ja. Ja. Was dreht er ab, Alter. Die ist ja ne Pussy. Sicher ist sicher. Ja, ist sicher. Ja, ist sicher. Ja, ist sicher. Aber irgendwie hat diese Map auch echt keinen Flow. Ja, stimmt. Die ist todlangweilig. Du hast keine Rampen, nur diese zwei Stallwände. Die anderen beiden Seiten, wo der rausploppt. Ja, Mann. Hat sich gelohnt. Bist du auch gestorben? Nein. Was? Fick dich nicht. Ah, hat er Boost gehabt, oder? Na klar. Ja, die Nutte. Oh, jetzt holt er nochmal seinen Drecks Boost. Ja, jetzt. Richtiger Steven, Alter. Ja, ihr habt doch gesagt, ich muss gewinnen. Du musst ja auch mal gewinnen. Nee, jetzt mach ich das und jetzt solltet ihr wieder rum. Warum ist Steven nicht gleich Kevin nennen? Jetzt nichts gegen die Kevins. Ihr könnt gerne ein Abo dalassen, aber... Hier, keine Randgruppenbeleidigung, ja. Tja, das war wohl nichts, Steven. Kommt er wieder raus? Da kommt er wieder raus mit seinem Skill. BAS! Ich bin gesprungen, Mann. WIE! Oh, Kacke, ich krieg ein Problem. Jetzt hat der echt gewonnen. Jetzt hat der mit Luck gewonnen. Der hat mit Luck gewonnen. Ach, die erste Runde, das ist gar nichts. Wir ziehen den noch ab. Nenn es Glück oder Spiel. Das ist einfach nicht Glück. Nein, nein. Das ist ein Unterschied, weil... Du weißt, Skill ist dann, wenn Glück zur Gewohnheit wird. Mh. Mh. Da kann man mal klatschen. Lieber Gott, ich bedanke mich für diesen Spruch. Danke für diesen guten Spruch. Danke. Alter, ist schon wieder... Ist zu früh am Morgen hierher. Das halte ich nicht aus. Ich brauche einen Schnaps. Brauch einen Schnaps. Sprich doch einfach. Sprich doch. Danke, dass du mir den Boost gelassen hast. Ja, ich hatte Angst. Nicht sterben. Nee. Da brauche ich nicht, man muss hier auch mehr. Für Dome braucht man auch keinen Boost. Aber für den da könnte man einen gebrauchen. Nee, auch nicht. Dicker, was geht der denn jetzt da ab? Ja, Steven hat die ganze Nacht geübt. Ja, wollte ich gerade sagen. Der hat mich schon gar nicht gefehlt. Der ist auch wirklich ziemlich schlecht. Naja, so schlecht ist er nicht. Ja, ist schon gut. Nein. Aber der ist schlecht. Ja, das wissen wir aber schon. Was? Was? Ich habe mich schon wieder ausgemacht. Alter, was war denn jetzt mit meinem Bruderrad kaputt? Da stirbt er. Das hat sich einfach angefangen zu drehen, so in der Luft. Da tötete er sich erstmal selber. Ja, wir sind zu gut für ihn. So, jetzt aber nicht mein Freund. Hier. Na. Das Bier hat immer noch sechs Leben, ey. Das gibt's doch nicht. Wie ist das passiert, Mann? Ich bin aus Glück. Also, das war fast wirklich zu lang. Ist ja einfach so, diese Schräge hochgehüpft. Weil ich da irgendwie so hochgeschreckt habe. Und dann bin ich über deine Spur geflogen. Ja. Oh, jetzt wird's spannend. Ihr seid solche Wichse. Ja. Danke. Dadurch konnte ich entkommen. Ich hab euch beide aufgemacht. Ich hasse mein Leben. Wie denn beide? Da stand gerade, du hast Aphofas gemacht und du hast Diabuja 96 gemacht. Wahrscheinlich war das mit Aphofas mal von vorher. Das kann durchaus sein, ja. Weil ich nicht gestorben bin. Ja, ich dachte. Er ist so schlecht, der Typ, wirklich. Fast so schlecht wie ich. Ja, aber du bist, äh... Nein! Egal. Nein, du fällst nicht an, was ich sagen soll. Ja, ich hab einen Schlaganfall. Ich hab immer diese scheiße Zeitlupe, Leute. Oh Gott. Oh, Mann. Jetzt hab ich dem Steven wieder einen Vorsprung geschenkt. ApoRed ist gestorben. Alter, ich nehm das echt persönlich, wenn ihr mich ApoRed nehmt. Das weiß ich doch. Zünde sie, Yannick. Zünde sie. Bomb höre ich auf dich. Vielen Dank. Das war geil. Jetzt war ich so von Yannick abgelenkt. Ja, ja, ja. Ja, von seiner Schönheit. Ich muss jetzt hier... Was ist vorhanden? Komm, Green. Green Lantern. Ja. Nein! Nice. Sehr gut, Yannick. Jetzt hab ich wieder... Grache-Kill, Junge. Jetzt hab ich wieder aufgeholt. Das war ja Glück, aber okay. Zum Maul. Ja, deine ganzen Kills von mir waren auch Glück. Ja, ja. Spast, Alter. Was mach ich denn? Was mach ich denn? Was mach ich denn? Was mach ich denn? Ich vollidiot! Oh! Vielen Dank, da für einen Laden. Na, das war Glück. Ne, das war einfach eigenes Unvermögen. Hier, jetzt setzt den Jungen nochmal unter Druck hier. Nein, ich hasse den Bastard, Alter. Das hat mir grad das Leben gerettet. Ich gönn's ihm einfach nicht. Ich gönn Afofas den Sieg nicht. Wenn seine dummen Sprüche reg ich einfach Todes auf, ey. Jetzt spielt er mich vielleicht nicht safe. Ja, ich geb mir Mühe. Aber der Grüne kriegt ja auch nichts auf die Kette. Siehste? Ja, einfach immer abdreht, weil er Schiss hat, weil er dann ein Sieg nicht verschenken will. Das ist so wirklich die Schwuchtel in Person. Komm, mach's spannend, Junge. Mach's spannend. Oh, mein Gott. So, guck dir das an, Alter. So was will sich Sieger nennen, oder was? Weißt du, ey, das... Nee, das nennt sich einfach... Ey, das hat einfach keine Ehre, der Junge, Alter. Nur mal ne schlechte Zeit. Nee, weil... Na, da dieses Lack, was er diesmal ausgepackt hatte, das war echt... Das war echt absolut kein Können, was da heute zu sehen war. Nee, ne, Leute, echt. Also, ihr könnt das Video ruhig disliken. Ja, ohne Scheiß, disliket das Video, was das Zeug hält, ey. Ey, das ist ja echt nicht mehr feuer, aber... Make Apufas small again, Alter. Ja, echt so. Gefällt's gut. Gefällt's schlecht. Ja, das ist echt so. Das war so schockend, ey. Ich konnte nicht mal hier... Oh Gott, ey. Naja, gut, ne? Naja. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen. Adios, Leute. Tausend. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.